Europas Mann am Mond-Moment. So hat Kommissionspräsidentin von der Leyen den europäischen Green Deal bezeichnet. Und das Kernstück des Green Deals ist das europäische Klima-Gesetz. Und das sehen wir uns heute in 3 Minuten Umweltrecht an. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhuber & Partner Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Das europäische Klima-Gesetz das Kernstück eines neuen Zeitalters des Klimaschutzes in Europa. Was steckt dahinter? Das europäische Klima-Gesetz hat verschiedene Perspektiven. In erster Linie ist es eine Zielregulierung. Von der Rechtssatzform als Verordnung, das heißt direkt anwendbar, setzt es neue Maßstäbe im europäischen Klimaschutz. Da wäre zunächst die Verschärfung der sogenannten 20-30-Ziele. Seit 2014 wurde die Messlatte der CO2-Reduktionen mit 40 Prozent bis 2030 im Vergleich zum Referenzjahr 1990 festgelegt. Dieses Ziel wird erheblich gesteigert. Es wird nun ein ambitionierteres Ziel festgelegt von minus 55 Prozent. Es war ein großer Diskussionspunkt zwischen Parlament und Rat und Kommission, inwiefern hier natürliche und künstliche Senken beitragen können, um das CO2 zu reduzieren. Hier hat es einen Kompromiss gegeben. Solche künstlichen oder natürlichen CO2-Fänger können nur bis zu einem gewissen Ausmaß berücksichtigt werden. Ein weiteres, ganz zentrales Ziel des europäischen Klimagesetzes ist die Klimaneutralität 2050. Was versteht man unter diesem Begriff? Klimaneutralität heißt nicht, dass kein CO2 mehr emittiert werden kann, sondern dass das CO2, das in die Atmosphäre gelangt, wiederum durch Bäume, Böden, aber auch Technologien wie Carbon Capture & Storage eingefangen wird. Wenn man von den Zielen absieht, dann hat das europäische Klimagesetz noch zwei weitere relevante Punkte. Das eine ist die Climate Adaptation. Die EU und die Mitgliedstaaten sollen Strategien zur Anpassung an den Klimawandel ausarbeiten und die Einführung eines wissenschaftlichen Beirats. Der wissenschaftliche Beirat soll das Know-how für die EU-Institutionen bereitstellen. Es ist ein aus Fachexperten und Expertinnen bestehendes Gremium, das die EU und die Institutionen berät. Sie sehen also, das europäische Klimagesetz setzt ganz zentrale Pflöcke für die Zukunft der Klima-Union.